Im internationalen Luftverkehr ist der Neustart nach der Corona-Flaute weitgehend sicher abgelaufen. Und die sichersten Fluggesellschaften im vergangenen Jahr 2022 waren erneut die arabischen Fluggesellschaften Etihad und Emirates. Sie waren besonders risikoarm unterwegs, wie eine Analyse eines Hamburger Flugunfallbüros zeigt. Die Deutsche Lufthansa beispielsweise belegt den 14. Rang im globalen Sicherheitsranking der 25 größten Gesellschaften, wie aus dem Report hervorgeht. Neue Unsicherheiten haben sich aus dem russischen Angriff auf die Ukraine ergeben. Die russische Fluggesellschaft Aeroflot wurde deutlich abgewertet und landete nur noch auf Rang 25. Gründe waren unter anderem die illegale Zulassung westlicher Leasingjets auf das russische Register und die durch die Wirtschaftssanktionen unterbrochene Versorgung mit Flugzeugersatzteilen in Russland. Die Analyse beruht auch auf der Unfallhistorie der jeweiligen Fluglinie in den vergangenen 30 Jahren. Auch der länderspezifischen Umgebung, in der sie operiert, sowie auf spezifischen Risikofaktoren der Fluglinien. Wichtig sind auch die von den Airlines geflogenen Passagierkilometer. Je mehr davon eine Fluggesellschaft unfallfrei zurücklegt, desto risikoärmer und damit sicherer gilt sie in diesem Ranking.